Au! Also ich werde noch die Pfötchen putzen. Das ist Sissi beim Pfötchen trocknen. Sissi hat gerade eine Riesenkrise. Es will nicht die Pfötchen waschen. Es will nicht die Pfötchen trocknen. Und es ist immer noch alles braun. Au! Und ich glaube, die Nase ist auch noch braun. Das heisst, das Tier muss noch einmal unter die Dusche sein. Aber vermutlich ist sie noch schlechter drauf, wie jetzt gerade. Sie hat gerade eine totale Mache. Irgendwelche komischen Störungen. Das ist der Hundenbadmännchen Kampfhund. Sissi der Prinzess. Ich glaube, wir brauchen eine Zwangsjacke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.